In diesem Video geht es um die Isomerie der Alkane. Isomerie bedeutet, dass man bei den Alkanen bei gleicher Summenformel unterschiedliche Strukturformeln hat. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel. Hier haben wir also ein Heptan, ein C7H16. Und diese Cs kann man also hintereinander als eine Kette schreiben. Man kann aber auch diese 7 Cs auch folgendermaßen anordnen. Das hat dieselbe Strukturformel. Und ich habe jetzt mal hier die Hs nicht hingeschrieben. An jedem C hängen also so viele Hs dran, wie da jetzt Striche dran sind. Und wenn man jetzt alle Cs zusammenzählt, hat man 7 Cs und 16 Hs. Man kann aber dieses C7H16 noch anders schreiben. Hier haben wir noch ein Beispiel. Und das sind also jetzt von der Summenformel her gesehen alles C7H16. Aber diese Alkane haben alle unterschiedliche chemische und physikalische Eigenschaften. Von daher unterscheiden sie sich und sind deswegen auch nicht derselbe Stoff, sondern das sind unterschiedliche Stoffe. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass das jetzt alles Heptane sind, sondern das sind dann also auch jetzt eigene Stoffe mit eigenen Namen. Das Vorgehen, um jetzt dieses Gebilde hier zu benennen, ist, dass man zuerst als erstes immer die Hauptkette sich heraus sucht. Die Hauptkette ist also die Anzahl der Cs, die hier zusammenhängen und nicht verzweigt sind. Und man kann also die Cs, die jetzt hintereinander zusammengefasst sind, kann man als eine Hauptkette hier herausstellen. Das habe ich jetzt mal eingekreist. Das ist jetzt also meine Hauptkette. Und ich habe hier eine Verzweigung mit einem C. So, jetzt kommt die Benennung. Die Hauptkette besteht aus sechs Cs. Das ist dann also ein Hexan. Ja, das ist ein Alkan mit sechs Cs. Und die Verzweigung besteht aus einem C. Und das ist dann, wenn man einen Alkan mit einem C hat, ist das ja Methan. Und da das aber jetzt eine Verzweigung ist, unterscheidet sich jetzt die Endung. Das ist dann kein Methan, sondern ein Methyl. Das heißt, bei Verzweigung kommt hinter dem Namen des Alkans ein YL. Daran kann man dann also die Verzweigung sehen. Das sind jetzt die Namen, die ich brauche. Und jetzt brauche ich noch die Nummerierung. An welchem C hängt jetzt die Verzweigung, das Methyl. Und da muss man jetzt die Hauptkette nummerieren. Und zwar nummeriert man dann die Hauptkette so, dass die Verzweigung eine möglichst kleine Nummer bekommt. So, man kann also die Hauptkette auf zwei Arten nummerieren. Entweder von links nach rechts oder von rechts nach links. Wenn ich die Nummerierung von links nach rechts mache, da habe ich also die gelben Zahlen jetzt hier oben dran geschrieben, dann kriegt die Verzweigung hier die Nummer 4, weil es am vierten C-Atom hängt. Nummeriere ich aber umgekehrt von rechts nach links mit den roten Zahlen hier, dann hängt die Kette an dem dritten C in der Kette. Und das ist dann die richtige Nummerierungsweise. Wir hatten ja gesagt, die erste Regel ist dann, dass man so nummeriert, dass die Verzweigung eine möglichst kleine Nummer bekommt. Und das wäre nur dann der Fall, wenn ich von rechts nach links mit den roten Zahlen hier nummeriere. So, jetzt habe ich eigentlich alles zusammen, was ich für die Namensgebung brauche. Und jetzt schreibt man sich das jetzt so auf, dass man also zuerst die Nummer hinschreibt, an dem die Verzweigung hängt. Das ist am dritten C, das kommt nach vorne. Es ist eine Verzweigung mit nur einem C, deswegen ist das ein Methyl, das kommt dann danach. Und der Kettenname, beziehungsweise der Name der längeren Kette hier, das kommt nach hinten, das ist sozusagen der Nachname von dem Ganzen. Und so habe ich also dieses ganze Konstrukt hier benannt. Das ist ein 3-Methylhexan. Hier sehen wir jetzt einen Alkan, der sehr verzweigt ist. Das sieht jetzt auf dem ersten Augenblick sehr kompliziert aus. Wenn man sich aber an ein paar Regeln hält, dann ist das eigentlich auch nicht so ganz schwierig, jetzt diesem Ganzen jetzt einen Namen zu geben. Das Erste, was man also immer machen muss, ist, man muss immer die längste Kette hier heraussuchen aus diesem ganzen Konstrukt. Und die längste Kette muss nicht immer gerade so hintereinander hängen, sondern sie darf hier auch einen Knick haben. Also hier oben, das C gehört also zu der Kette und genauso wie hier rechts unten das C auch, weil das hängt ja alles zusammen. Und bei der längsten Kette geht es darum, dass man die Cs findet, die zusammen hintereinander hängen. So kann man also auch hier diese ganzen Cs zusammenfassen zu einer Hauptkette. Die längste Kette in diesen Verzweigungen ist also ein Dekan, weil sie besteht aus 10 Cs. Und jetzt müssen wir die Nummerierung machen. Wir sehen, dass wir sowohl von rechts angefangen, hier beim dritten C eine Verzweigung haben, als auch links, wenn wir links anfangen, haben wir auch am dritten C eine Verzweigung. Welches nehmen wir jetzt dann als Startpunkt? Wir nehmen das rechte C hier als Startpunkt und zählen von rechts ab an, weil es geht hier darum, dass man hier auch für die anderen Verzweigungen eine möglichst kleine Nummer bekommt. Und die bekommt man erst dann hin oder nur dann hin, wenn man von rechts anfängt, hier zu zählen. Nach der Nummerierung schaut man sich jetzt die Verzweigungen an. Wir haben hier also vier Verzweigungen mit nur einem C. Die Verzweigungen mit nur einem C heißen ja Methyl. Dann haben wir hier zwei Verzweigungen mit 2C. Die habe ich jetzt hier grün eingekreist. Die Verzweigungen mit 2Cs heißen Ethyl. Und wir haben hier eine Verzweigung mit 3Cs. Und das ist dann ein Propyl. Ihr seht also, hinter den Alkan-Namen kommt einfach nur ein Propyl statt. Ein Propan, was man normalerweise hätte bei einem Alkan. Wenn es also eine Verzweigung ist, werden die letzten beiden Buchstaben des Namens durch YL ersetzt. Wenn man jetzt die Namen der Verzweigungen aufschreibt, dann geht man hier alphabetisch vor. Das Ethyl kommt vor dem Methyl und Methyl kommt vor dem Propyl. Jetzt können wir den gesamten Namen aufschreiben. Also zuerst werden die Verzweigungen mit Ethyl benannt, weil das alphabetisch zuerst kommt. Wir haben also am vierten und am achten C-Atom zwei Ethylverzweigungen. Also hier am vierten und am achten C. Da es zwei Ethyls sind, kommt davor noch ein D. Hier habe ich nochmal die Vorsilben. Wenn ich also hier nur eine Verzweigung habe, dann könnte ich da Mono hinschreiben. Tut man meistens nicht. Das Mono fällt weg. Bei zwei Verzweigungen von der gleichen Sorte kommt ein D davor. Bei drei Verzweigungen ein Tri. Und bei vier ein Tetra. Bei fünf Penta und so weiter. So, schauen wir uns mal das Methyl an. Wir haben also hier am dritten, am vierten, am fünften und nochmal am fünften C vier Methylverzweigungen. Vier hat die Vorsilbe Tetra. Also 3,4,5,5 Tetramethyl. Also ich habe insgesamt vier. Und das sind die Nummerierungen der C-Atome, an denen diese Verzweigungen hängen. Und wir haben ein Propylverzweigung am sechsten C. Da wird die Vorsilbe Mono dann nicht mehr hingeschrieben. Und der Name der längsten Kette kommt sozusagen als Nachname ganz zum Schluss. Das ist ein Dekan. So, wenn ihr euch an dieser Regeln haltet, dann müsste man eigentlich jetzt jede Isomerie oder jedes Isomer eines Alkans ganz einfach benennen können. Ich hoffe, das war jetzt verständlich genug.